Die Bogen-Offset-Druckmaschine Heidelberg Speedmaster XL 105 4 Plus L ist noch fast fabrikneu. Die Druckerei Bauer in Pvedelbach in der Nähe von Heilbronn hat gegen den Trend in wirtschaftlich schwierigen Zeiten investiert. Das alteingesessene Familienunternehmen ist auf Verpackungsdruck spezialisiert. Die Neuanschaffung passt zur langfristigen Strategie des Hauses, technologisch auf dem neuesten Stand zu sein. Man hätte daher gerne schon früher investiert. Nachdem die Wirtschaft in 2009 doch einiges schwieriger war, haben wir die neue Investition auf 2010 verschoben, weil wir davon ausgingen, dass der Verpackungsbereich in 2010 deutlich anziehen muss, weil die Läger runtergefahren wurden. Und die wirtschaftliche Situation zurzeit gab uns recht. Wir haben seit Anfang dieses Jahres sehr viel zu drucken. Die Kunden kommen überwiegend aus den Bereichen Pharma und Healthcare. Nicht nur die Qualität muss also stimmen. Wegen der manchmal kleinen Auflagen ist auch die Rüstzeit ein wichtiger Faktor. Doch es sind nicht nur die technischen Qualitäten, die überzeugen. Mit Heidelberg verbindet uns eine 50-jährige Partnerschaft. Und Heidelberg hat mit der neuen Plattform, der XL 105, zurzeit die beste Maschine am Markt. Eine Partnerschaft, die sich auch in der Weiterverarbeitung zeigt. Eine Diana 94 Pro-Fallschachtel-Klebemaschine sorgt für zügige Konfektionierung. Natürlich hat gerade die werbeabhängige Druckbranche immer einen sensiblen Blick auf die gesamtwirtschaftliche Lage. Doch muss nicht jede wirtschaftliche Entscheidung kurzfristig von ihr abhängig sein. Für die Druckerei Bauer war die Einordnung in ein langfristiges Konzept der entscheidende Punkt. Trotzdem musste sich die gesamte Druckbranche an die veränderten Marktbedingungen anpassen. So auch die Heidelberger Druckmaschinen AG. Vom Produktportfolio auf unsere Maschinen bezogen und von unserem Dienstleistungsangebot her sind wir hervorragend aufgestellt, sind im Markt bestens positioniert. Außerdem haben wir unsere Hausaufgaben gemacht und haben die deutsche Vertriebs- und Serviceorganisation auf die heutigen realistischen Marktpotenziale und auf die strukturellen Rahmenbedingungen hin angepasst. Auch beim Metzgerdruck in Obrichheim ist man gegen den Strom geschwommen und hat investiert. Das Unternehmen ist derzeit nach eigenen Angaben gut ausgelastet. Die neue Speedmaster XL 105 5 Plus L läuft im Schichtbetrieb. Die Investition auch eine Frage des Qualitätsanspruches. Wir haben ein sehr, sehr hohes Qualitätsniveau. Unsere Kunden sind eigentlich das gewohnt von uns auch. Und um dieses Qualitätsniveau zu halten, müssen wir auch grundsätzlich immer in neues Equipment investieren. Und das garantiert uns ganz einfach auch in diesen schwierigen Zeiten grundsätzlich mit ganz vorne dabei zu sein. Der Prinec Postpress Manager, der die Weiterverarbeitung datentechnisch an die Druckvorstufe anbindet, war ein weiterer Investitionsschwerpunkt im Jahr 2010. Der hohe Integrationsgrad sorgt für ein durchgehendes Prozessmanagement mit einer effizienten Kostenkontrolle. Auch Metzgerdruck setzt dabei auf Heidelberg, denn... Wir sind Referenzbetrieb von Heidelberg. Die Nähe nach Heidelberg ist sehr, sehr entscheidend. Das heißt also auch mal, wenn in der Spätschicht oder in der Nachtschicht ein Problem auftritt, dann ist das also relativ schnell behoben. Und die Maschinen sind sehr zuverlässig und auch vom Wiederverkaufswert relativ hoch. Metzgerdruck Obrichheim, Druckerei Bauer-Pfedelbach, beide setzen auch in schwierigen Zeiten auf Maschinen und Dienstleistungen von Heidelberg. Eine Rechnung, die ganz offenbar aufgeht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017